ja ich wollte eigentlich nur so ein kurzes video machen dass heute kein adventure map kommt von euch weil ich gerade kein bock habe ich habe besseres zu tun das heißt essen hier gibt es lecker 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 wurscht salat das ist von meiner mutter gemacht er ist richtig richtig gut und den essig jetzt ich sag's euch das schmeckt einfach göttlich einfach essen das ist der der schmeckt so gut wurscht salat ohne witz und dann trinke ich noch hier auch china dazu und ja was kann ich euch noch so erzählen in dem sinnlosen video da ist mein fenster da kann man raus gucken und so und ja da ist mein computer wenn es interessiert und nein jetzt mache ich schon eine room tour das wollte ich doch als 50.000 abonnenten special machen naja egal wer wissen will was für equip ich habe das heißt was das hier für eine kamera ist und was ich dafür mikro habe und was für kopfhörer der guckt einfach in die beschreibung und jo ich würde jetzt sagen dass ich jetzt hier den leckeren wurscht salat erstmal essen werde da freue ich mich richtig drauf ich freue mich sogar drauf deswegen mache ich das video ist fertig wenn es noch interessiert hier liegen socken rum die sind von mir die sind so aus voller sinnlose video aber ich habe gerade voll bock drauf deswegen einfach random bis zum nächsten mal bis morgen morgen startet ein neues projekt wenn alles nach plan läuft und ansonsten würde ich einfach mal sagen wer dieses sinnlose video feiert genauso wie ich und den wurstsalat hier da gibt dem video einen daumen nach oben und schreibt einen kommentar was ihr heute so macht heute dieser samstag was habt ihr da so getrieben seid ihr nur faul auf dem sofa gesessen oder was weiß ich ich habe zum beispiel fußball geguckt und jetzt esse ich bis dann ciao tschau 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 Bis zum nächsten Mal.